Musik Hallo, ich bin's mal wieder, Emma Vogel. Hannah hat mir dieses Spiel hier angemacht, weil Julian, der ist ja nicht da. Und der hat hier wirklich sein Tablet zurückgelassen und da hat er selber Schuld. Und ich darf jetzt mal Roblox spielen, aber Julian darf das nicht wissen, also sagt ihm das nicht. Und ich habe mich in das Konto von Nina reingeheckt. Das ist ein wirklich nerviges Gamegirl. Ich sehe genauso aus wie sie. Total cool. Hannah hat gesagt, ich muss hier der Zahnfee entkommen. Ich bin mal gespannt, ob das überhaupt klappt. Weil der Zahnfee bin ich bislang noch gar nicht entkommen, weil die hat schon meine Zähne bekommen. Und ich schaue mal hier, wie das in dem Spiel ist. Der hat ein Pyjama an mit Regenbogen. Noch einer. Ich habe keine Ahnung, was da steht, aber egal. Jetzt hier rüber springen. Das Spiel ist eigentlich einfach. Man muss nicht so viel machen, außer zu springen. Okay. Oh, nein. Was ist da, der passiert? Ich musste doch auf diesen Zahn springen. Vielleicht war es der Fallschuh. Der ist richtig. Der auch. Und der auch. Ach so, das war eine Falle. Guck mal. Manche sind weiß und manche sind grau. Mann, oh Mann. Das Spiel ist ganz schön gemein. Hier ist wohl die Toilette übergelaufen. Aber das ist kein Problem. Einfach über das Wasser springen, damit man keine kalten, äh, nassen Füße bekommen. Okay. Hier genau das Gleiche. Irgendwas ist nass und wir müssen versuchen, nicht nass zu werden. Oh, was ist das denn? Brennende Schastlingsspieße. Oder ist das ein Zauberstab? Vielleicht von der Zahnweh. Aber die, warum hat die denn sowas? Also meine Zahnweh, die hatte sowas nicht. Wow. Na klar. Ich habe es natürlich nicht geschafft. Ja, ist gut. Ich bin schon zerfallen. Man verfällt hier immer in seine Einzelteile, wenn man getroffen wird. Oh, das ist mir zu gefährlich. Ah. Oh, oh. Schon wieder. Mal sehen, wie häufig mir das noch passiert. Das ist einfach zu häufig. Aber ich glaube, ich habe ganz viele Leben. Oh, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Was passiert hier jetzt? Oh nein. Das ist bestimmt die Zahnweh. Die sieht aber ganz schön komisch aus, muss ich sagen. Was hat die denn für komische Zähne und Augenbrauen wie Bär? So. Was muss ich jetzt machen? Hier runter? Auf die Hose? T-Shirt? Oh, das ist so ein Kreissägenblatt. So was hat Papa in der Garage, wenn er Holz schneidet. Und auch die Feuerwehr, wenn die Leute befreien muss aus Autos. Okay. Jetzt hier wieder über das Wasser springen, damit man keine nassen Füße bekommt. Emma? Bist du an Julians Tablet? Äh, nein. Wieso? Ich bin in meinem Zimmer und spiele mit dem Prinzessin Schloss. Oh Mann, man darf das nicht wissen. Ich darf das doch gar nicht. Da schläft irgendjemand. Hallo? Ich hoffe nicht, dass Mama jetzt hier hochkommt. Ich muss hier auch irgendwie hoch. Aber wie? Oh. Hier über das Bett? Okay. Geschafft. Hier ist so ein Schachbrett. Und da muss man auch versuchen, keine nassen Füße zu bekommen. Oh nein. Ich bin schon wieder zerfallen. Was ist jetzt hier passieren? Oh, ich bin wieder zurück katapultiert worden. Hä? Aber da war ich doch schon. Och Mann, oh. Okay. Das kennt ihr schon alles. Da waren wir gerade schon. Das muss ich nochmal machen. Ich weiß nicht warum. So, über die Leiter. Dann hier. Das ist der Checkpoint. Das weiß ich von Julian. Der regt sich immer auf, wenn er den nämlich nicht kriegt. Weil dann muss er immer wieder zurück. So wie ich gerade. Aber manchmal muss er auch ganz weit zurück. Und dann rastet er aus. So. Okay. Jetzt nochmal über das Wasser. Das ist gar nicht so einfach. Weil ich habe richtig klumpige Füße. Nein. Oh Mann. Oh. 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 Weil anscheinend habe ich den Checkpoint nicht letztes Mal bekommen. Weil jetzt muss ich nicht so weit zurück. Oh. Ich bin einfach zu schlecht. Aber Hannah kann es auch nicht. Die kann ich nicht rufen, damit sie mir hilft. Das muss ich schon alleine schaffen. Okay. Geschafft. So. Weiter geht es. Hier ist so ein Stromkabel. Und das leuchtet. Da kriege ich bestimmt einen Stromschlag. Da darf ich auf gar keinen Fall drauf kommen. Jetzt über die Wolken. Oh nein. Das mag ich ja überhaupt nicht. Das ist auch sowas, wo Julian immer sich total aufregt. Das ist mit dem falschen Weg. Das war der richtige. Okay. Gelb. Oh nein. Rot war falsch. Oh Mann. Gelb. Und gelb. Und gelb. Nein. Gelb war es nicht. Das dritte Mal war falsch. Die wollen das immer reinlegen. Die sind sowas von frech. Gelb. Und grün. Hä? Ach so. Dann kann das nur noch rot sein. Ich dachte, ich hätte schon alles ausprobiert. Aber das ist gar nicht wahr. So. Jetzt rot. Okay. Hier sind so Wände. Oh. Da darf man nicht gegenkommen. Na gut. Nach unten. Ja. Oh. Laserstrahlen. Und. Oh nein. Ich wollte Häm sagen. Aber jetzt bin ich da reingelaufen. Mann. Oh nein. Da ist schon wieder diese Zahnfee. Guckt sie euch an. Die sieht sowas von fies aus. Ich wette, die gibt den Kindern überhaupt nichts. Sie sind nur die Zähne. Und dann haut sie ab. Ich war viel zu nah dran. Oh Mann. Okay. Das lief gut. Das auch. Das auch. Das auch. Und das auch. Sehr gut. Wohin jetzt? Ich habe keine Ahnung. Wohin denn? Ach so. Gar nicht nach oben. Nach unten. Hier muss man vorsichtig sein. Das ist ein ganz schmaler Weg. Und ich mit meinen dicken Beinen und Füßen hier bei dem Spiel. Hä? Und jetzt? Eine magische Wand. Oh nein. Ein Labyrinth. Oh. Hä? Oh nein. Da geht es nicht weiter. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ich mag kein Labyrinth. Ich kann nichts sehen. Das ist falsch. Hier lang? Oh nein. Hier lang? Oh. Alles falsch. Hier vielleicht? Das könnte sein. Oh. Es ist immer mehr hier. Nee. Das ist eine Wand. Oh. Ich habe keine Geduld. Wenn ich was nicht habe, dann ist das Geduld und Zeit. Weil in jedem Moment kann Mama kommen und dann ist das Spiel vorbei. War ich hier schon? Und die fühlen mich in der Sackgasse. Das ist ja schlimmer, als wenn ich meine Socke verloren hätte. Die finde ich immer schneller wieder. Oh. Können die hier nicht einen Tipp geben oder so? Die machen es aber auch ganz schön schwer. Oh. Da geht es raus. Yes. Ich habe den Ausweg gefunden. Und ich glaube, ich bin schon draußen. Das heißt immer, dass es fast zu Ende ist. Das Spiel. Schade. Vielleicht kann Hannah mir danach noch eins anmachen. Aber. Oh. Ich bin schlecht. Aber vielleicht einen anderen machen. Weil ich glaube, Mama kommt jeden Moment hoch. Oh. 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 Ja. Hä? Das ist noch gar nicht so vorbei. Hilfe. Oh. Was machen denn die Vögel hier? Muss ich da drauf oder nicht da drauf? Nicht da drauf. Hä? Ich habe nichts angefasst. Das ist nicht wahr. Das Spiel lü. Ich verstehe das nicht. Wo muss ich denn hier lang? Das sind so viele. Immer diese Vögel. Geschafft. Da sind schon wieder die brennenden Zauberstäbe. Die kann ich gar nicht leiden. Ah. Mein Herz ist richtig wild am Puckern. Kron? Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Jetzt über die Schilder. Und nein. Nochmal. So ein großes Schachbrett mit Wasser. Oh. Ich habe nasse Füße gekriegt. Oh Mann. Ich will nicht mehr. Also schon. Aber nein. Ha. Das war einfach. Und? Oh ja. Ich habe es geschafft. Hier sind die Sch... Was habe ich gemacht? Wie? Was? Wieso bin ich denn wieder zurück? Aber das war doch schon das Ende. Oder nicht? Ich bin irgendwo falsch draufgekommen. Oh nein. Ah. Da ist sie schon wieder. Oh. Also ich glaube ich habe es geschafft. Weil wenn ein Spielplatz ist, ist es vorbei. Aber ich wäre gerne rutschen gegangen. Und jetzt ist es zu spät. Oh. Oh naja. Gut. Ich muss aufhören. Ich glaube Mama kommt die Treppe hoch. Tschüss. Tschüss.